So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und wir haben wieder eine kleine Folge Pokémon GO vorbereitet. Ein Zuschauerwunsch. Im letzten Video, was ich gerade gemacht habe, stand plötzlich da Minas Moos, hat ein neues Video hochgeladen, okay. Ich glaube das eine ist für Freitag, das andere ist für Samstag. Das wird das Samstagsvideo sein wahrscheinlich. Und zwar geht es wieder ein Zuschauerwunsch, beste Kumpel. Es gibt ja auch Suchbegriffe für beste Kumpel, nämlich Kumpel 5. Die Leute haben gefragt, wie viele beste Kumpel hast du? Welche beste Kumpel hast du? Was hast du hochgezogen zum Best Buddy? Wer hat die Best Buddy Badge? Und da kann man gleich mal gucken, wo die Best Buddy Badge überhaupt dann hängt. Deshalb gehen wir jetzt mal ins Spiel rein. Also ihr könnt hier eingeben, Kumpel 1, dann zeigt es euch Stufe 1 an. Kumpel 2. Kumpel 1 waren 4. Kumpel 2 sind 11. Kumpel 3 sind 3. Kumpel 4 sind 3. Und Kumpel 5 sind 177. Die können wir jetzt mal durchgehen. Aber irgendwie sehe ich die Best Buddy Badge nicht. Jetzt muss ich mal kurz hier reinschauen, ob die abgeschalten ist. Pokémon Bandanzeigen, ja klar. Warum war das jetzt nicht drin? Müssen wir nochmal machen. Kumpel 5. Zack, fertig. Jetzt sehen wir es. So wollen wir es haben. Also das sind meine 177 besten Kumpel. Ein, was habe ich mir sowieso vorgenommen, und zwar, dass ich jedes Pokémon, was eine Mega-Entwicklung haben kann, versuchen möchte, in 100% auf Level 50 zu ziehen, Mega zu entwickeln und Best Buddy zu machen. Das hat hier mit diesem Mega-Bisa-Floor, Bisa-Floor sehr gut geklappt. Ihr seht auch, die Best Buddy Badge ist hier einfach an der Schulter. Dann haben wir natürlich auch ein Glurak. Ist dasselbe Prinzip. Mega-Pokémon, Level 50, 100%, schön auf der Brust. Turdok auch, hier aber als Scheine mit Sonnenbrille, 100%, Mega, auch auf der Brust als Abzeichen, sehr gut. Raupi, das ist mein 100% Raupi auf Level 50. Der Sticker, auch auf der Schulter, wenn man das Schulter nennen möchte. Und hier genau das Nulli, das habe ich ja in dem anderen Video auch erklärt, ne, als es um 0%ige ging. Der Unterschied 494 zu 325. Beide auf Level 50, 0% gegen 100%. Dann haben wir hier Bibor, auch wegen der Mega-Entwicklung, hat auch das theoretisch auf der Brust. Tauboss, Mega-Entwicklung, hier auch auf der Brust. Pikachu, Shiny. Da ist das Ding, als ich das damals im Event bekommen habe, relativ schnell, habe ich mich noch gefreut, habe das als Buddy gemacht, um das einfach mal zu zeigen, dass ich das habe. Ist jetzt wieder was, was ich gar nicht machen wollen würde, weil du hast das dann und hast Stufe 1 beim Kumpel. Und wechselst dann auf was, wo du Bonbons brauchst oder laufen musst oder sonst was. Und das hängt halt unfertig da drin rum. Und das ist irgendwie ein bisschen nervig, wenn das unfertig da rumhängt. Also musst du alles, was du mal ganz kurz als Buddy hattest, um es zu zeigen, dann irgendwann auf Stufe 4 machen. Weil ich das auch nicht möchte, dass Dinge unfertig sind. Aber eigentlich braucht man das nicht als Best Buddy auf Stufe 5. Das versteckt seine Schleife hier ein bisschen, wie man sieht. Dann haben wir einen Wrestler-Pikachu. Da war es zum Beispiel anders. Das ist kein 100er, das ist kein Shiny, das ist gar nichts. Aber es ist ein kleiner Wrestler. Und als großer Wrestling-Fan habe ich mich so gefreut, dass ich damals mein erstes Wrestler-Pikachu mal aus der GBL bekommen hatte. Und habe das deswegen sowieso zum Best Buddy machen wollen. Dann haben wir hier ein Pikachu. Das war auch dasselbe Prinzip. Shiny bekommen, gedacht, ja, kannst du mal zeigen, sieht doch voll cool aus. Weil das da so rumfliegt, musste man dann auch zum Best Buddy machen. Hier auch so ein ähnliches Prinzip. Hier hat es übrigens den Sticker an der Mütze. Hier hat es auch an der Brust. Hier habt ihr Nidoking. Nächstes Ding. 100% Krypto-Pokémon versuche ich auch auf Level 50 zu pushen und zum Best Buddy zu machen. Nidoking hat das hier. Stinkt wie Sau. Man sieht es auch auf der Brust. Vulnona. Shiny-Prinzip. Rumgeflexe. Sinnloses. Also Brust. Fertig. Blutzug. 100% Krypto-Shiny. Auf dem Kopf. Omort. Weiterentwicklung. Auch 100% Krypto-Shiny. Das hier müsste man mal pushen. Auf der Brust, wenn man das Brust nennen will. Quapsel. Auf dem Kopf. Sehr genial. Best Buddy-Batch. Auf dem Kopf. Quabo hier. Auf dem... Ja, sieht aus wie Montana Black, oder? Tränen-Tattoo. Genial. Dann wieder Mega-Entwicklung. Genau. Auch auf der Brust. Dann haben wir Maromai. Soll ich schon sagen, wo ist es denn? Aber genau, die Hand war davor. Ist auch auf der Brust. Maromai. Satz-Sinja. Wieder 100% Krypto am Sack. Nochmal Mega-Entwicklung in 100% auf der Brust. Das Lamus musste man ja, glaube ich, als Buddy nehmen, damit man es überhaupt entwickeln konnte. Deswegen hat das jetzt auch, um es fertig zu machen, wurde es hochgezogen. Deswegen Porrenda. Damit musste ich ewig laufen, dass ich mal die XL zusammen hatte, um ein Galaporrenda auf Level 50 zu machen. Also ein Lauchzalot dann. Sonst braucht man das auch nicht. Hier wieder Mega-Pokémon. Auch wieder auf. Der rennt schon wieder in der Gegend rum. Es ist so nervig. Auch wenn Hannes hier ist und wir mal ein Raid machen wollten oder eingeladen wurden. Er musste immer aufstehen, aus dem Zimmer gehen, wieder reingehen, sich hin und her bewegen, dass es das GPS-Signal findet. Hier am Kopf. Passt. Nochmal Kopf. Passt. Warum das 2 sind, weiß ich gerade nicht. Dann Owei. Habe ich aber aus Versehen als Falsche mal rein. Owei. 100% Krypto. Kopf. Eierkopf. Genau. Am Kopf klebt. Skogowai. Erlöstes. Hunderter. Hier mit Best Buddy Badge. Big Mama. Haben wir auch gemacht. Ein Kangama. Auch um die Bonbons zu erlaufen, das mal hochzuziehen. Best Buddy Badge. Und hat natürlich auch Mega-Entwicklung. Pisnir. Kriegt auch noch eine Mega-Entwicklung. Ist auf 50. Freut sich. Hat auch schon sein Best Buddy Badge dran. Tauros musste hier auch ewig laufen. Klebt hier auch fest. 100%. Carbador. Guck mal, wo der... In Shiny. Und hier hinten an der Schwanz, an der Rückenflosse klebt der Best Buddy Badge. Garados 100%. Hier auch als Mega-Entwicklung auf 50. Wieder Brust. Krypto-Garados 100%. Mit Brust. Ähm... Shiny. Labras. Kein 100%. Nur Shiny. Aber einfach mal so genommen. Dachte ich, machst du Best Buddy. Kannst du noch höher machen. Aber dann hat sie die Liga überstiegen, wenn du es dann anlegst. War also auch sinnlos. Ditto. 100. Müsste auch mal auf 50 irgendwann. Könnte man damit eigentlich noch mal ein bisschen laufen für XL und das auf 50 ziehen. Das wär's. Aquana. Habe ich, glaube ich, auch die Al-Aquana-Form irgendwann mal probiert. Aquana. Blitzer. Alles so vorne am Gesicht. Flamara. Dass die auch alle fertig sind, die ganze Familie. Wieder eine Mega-Entwicklung. Ein, äh... Leondai haben wir hier. Also ein Relaxo mit Schleife. Äh... Legendäre... Legendäre... 100%ige wollte ich dann auch. Als Best Buddies mit Buddy Badge machen, um zu zeigen, dass die fertig sind. Wenn die hochgepusht sind, haben wir also... Äh... Arctos. Zapdos. Und Lavados. Alle mit Schleife. Das fehlt natürlich auf 50. War ja seitdem nicht mehr da. Das war da. Die anderen zwei müssen mal wiederkommen, dass ich da mal Bonbons sammeln kann. Irgendwie ist da noch ein Lavados drin. Das ist ein 100er Erlöstes. Das ist, glaube ich, das 96er von damals. Dragoran auf der Brust. Eins, zwei, drei. Mewtwo auf der Brust. Zack. Rüstungs-Mewtwo. 100% auf der Brust. 100% Krypto-Impergador auf der Brust. Mega-Entwicklung. Die sieht richtig groß aus, die Schleife. Im Gegensatz zu der. Azumarill. Okay. Psianer nach Tara vielleicht. Ne, da ist ein zweites Psianer. Ja, das musste man natürlich auch als Buddy machen. Um es zu entwickeln, musste man also auch dann... Hochziehen, Fertigziehen. Das genauso war angefangen wegen Buddy. Musste man auch mal fertig machen. Nach Tara habe ich auch die GBL-Variante wegen der besonderen Attacke. Und das mit der Blüte auf den Kopf habe ich wahrscheinlich weggeschmissen. Lasho King. Musste man als Buddy machen, um es zu entwickeln. Ikognito sieht richtig lustig aus. Da klebt der Sticker einfach daneben. Beziehungsweise schwebt halt in der Luft. Dann haben wir hier nochmal wieder Mega-Entwicklung. Dann haben wir nochmal... Ja, Baldorfisch in seiner Hisui-Variante. Musste man ja auch als Buddy nehmen, um es zu entwickeln. Nochmal Mega mit Xerox als Shiny. Da sind wir auch mitgelaufen. Wieder Mega an der Brust. Farbigel. War auf jeden Fall richtig speziell und richtig genial. Da einen Hunderter zu haben, ist auf jeden Fall was wert. Müsste ja verdammt viel Glück haben. Ist aus einem Wablu entstanden. Dann haben wir hier Raikou. Stolze Brust. Entei. Stolze Brust. Aber die Brust ist stolzer hier. So Ikonen fehlt. Despo da. Da ist ein Aufkleber. Da ist ein Aufkleber. Sieht genauso aus. Lugia. Zweites Lugia. Sind hundertprozentige. Brauchen sie. Kommen wir wieder zu den Megas. Mit Gewaldroh. Mit Logog. Und natürlich auch mit Sumpex. Nochmal Sumpex. Musste ich nochmal Energie erlaufen. Fiffchen. Hunderter Krypto. Wambl. Wo ich damals auch. Guck mal. Ich habe eins mit Partyhut. Hat jetzt hier auch einen Aufkleber dran. Goddavar ist natürlich auch wieder wegen Mega. Letterking hier auch. 51er Pokébon auf 100. Zobiris. Kriegt ja auch nochmal eine Megaentwicklung. Da ist auch schon vorgearbeitet. Flunkkiefer. Kriegt auch eine Megaentwicklung. Da müsste man auch mal was mitmachen. Trägt es im Prinzip im Haar. Wenn man es so nennen möchte. Hier Stolos. Auch auf der Brust. Meditalis. Hat es einfach am Hals kleben. Sieht nicht gesund aus. Voltolos hier. Toheido. Am Kopf. Oh, wieso nicht? Am Kopf einfach. Kamerupt. Kriegt ja auch nochmal Megaentwicklung. Ist auch schon gut da. Ein Pandir. Mit Herzform. Mit Herzform. Was Pupsi mir getradet hat. Deswegen. Das ist auch ein besonderes. Noctusca. 100er Krypto. Hat hier was voll. Wieder Megaentwicklung. Altaria am Kopf. Mega Barnett hier auf der Brust. Absol am Arm. Fernanda auch mit Megaentwicklung an der Stirn. Wenn man es so nennen will. Reiseabzeichen auf der Brust. Mega Bruder Landa. Gut, das ist gerade noch in der Megaentwicklung. Sieht halt richtig doof aus irgendwie. Aber wir haben ja das Normale. Dass man sieht, dass es auch besser aussehen kann. Aber was heißt normal? 100% Shiny. Normal halt. Metacross. Auf dem Kopf. Regirock. An der Brust. Nochmal Regirock. An 98er damals gehabt. Mittlerweile das 100er auf 50. Ja. Latias. Latios. Sieht man erstmal. Das ist klein. Und das ist groß. Und fett. Beide können die Megaentwicklung durchführen. Und Kyokre auch an der Seite hier am Kopf. Groudon wieder auf der Brust. Genau. Raikwasa auch am Hals kleben. Dioxys auf der Brust. Beide auf der Brust. Sheldra an der Stirn. Einfach am Panzer halt. Rosarade auf der Brust. Rameidon auf der Brust. Wieder Megaentwicklung am Bein als Tattoo. Oh yeah. Seht mich on. Dann Knackrack auf der Brust. Zweimal. Okario ist kein 100er. Aber mit dem habe ich immer die Rockets gemacht. Da könnte ich auch mal mitlaufen für die XL. Aber ich brauche eh das 100er. Auf dem Knie. Auf dem Bein. Auch nochmal eins. Seputeros. 100. Krypto. Schulter. Wenn du flieb ist. Gelaufen. Ums zu maxen. Auf dem Kadaver. Megaentwicklung. Rexblitzer. Auf der Brust. Rihonjo auf der Brust. Jele Voltec auf der Brust. Togekiss auf der Brust. Fully Purba haben wir noch da. Und Glaziola. Mammudel. Sieht aus wie ein Piercing in der Augenbraue. Galagladi. Also das ist ja... Da hätten sie es auch weglassen können, wenn das so klein und fatzelig ist, dass man gar nichts mehr sieht. Dialga sieht es auch irgendwie klein und unbedeutsam aus. Palkia kommt schon eher zur Geldung. Der Baloo. Also unser Heatran. Hat es an der Seite. Sieht aus wie ein Tankdeckel. Das zweite auch. Oh. Regigigas. Mit dem Knie-Tattoo. Auf dem Oberschenkel. Giratina. An der Seite. Auch so ein Tankdeckel oder was das ist. Hier. Hat gerade noch so an den Arm gepasst. Das ist meine... Meine Blindenbinde. Darkrai. Kleine Anstecker. Brogolors. Hätte das ganze Pokémon bekleben können. Fletiamo. Muss man ja leider auch als Buddy nehmen, um es zu entwickeln. Hat es jetzt auf dem Kopf. Shiny dann auch mal, um es zu entwickeln. Ordoch kriegt nochmal eine Mega-Entwicklung. Das sieht schön aus. Hier beim Mio Testo geht es auch. Zoro Ark. Ja. Tentantel. Auf dem Kopf. Scalabra. Auf dem Kopf. Tobi. Also Maxax. Anna Borust. Shadrago. Das fand ich cool auf jeden Fall als Shiny. Da habe ich genommen, um einfach wieder zu zeigen. Da ist er. Und das mal zum Best Buddy machen. Wieso nicht? Bisophang. Oberschenkel. Vashagwil. Auf der Brust. Trikephalo. Auf der Brust. Cobalium. Am... Bein. Nennen wir es Bein. Hier. Bei dem habe ich es glaube ich noch nie gesehen. Dass es sofort nur über dem Fuß ist. Boreos. Ja. Auch Brust. Shiny Dings. Hier. Voldoloss. Ja. Sieht so ähnlich aus. Rigiram. Auch klein. Und unbedeutsam. Säkrum da drauf. Demeteros an der Brust. Keiurem an der Brust. Kei. Ne Säk. Geht es schon wieder ohne. Der hat es einfach im Hals kleben. Vivillon. Da hätten sie es hinten auf den Flügel kleben müssen. Das wäre genial. Ansonsten sieht man das ganz leicht an der Brust. Und hier bei Florgas auf dem Kopf. Von Darkrot. Das ist stark. Das ist Leondai eigentlich. Dann Pavinez auf dem Kopf. Sabayon auf dem Kopf. Sabayon auf dem Kopf. Wummer. An der Seite. Dabei ist hier so viel Klebefläche. Monagoras auf der Brust. Zwillinara hat vorhin noch gefehlt. Auch in der GBL Edition. Nochmal als Shiny. Und Shiny mit hier Kostümmützenhut. Viscogon an der Stirn auf der Brust. Bei Vodka. Hondas. Also Geseneas. Taubsital auch hier am Kragen. Sieht auch eigentlich. Naja. Sieht man kaum. Kommandutan auf dem Kopf. Grandiras an der Brust. Melmetal vorne drauf geklebt. Das passt. Sieht sehr protzig aus. Lauchzulot. Wie gesagt. Sind wir gelaufen. Haben wir entwickelt dann. Ognatol. Wird es ruhig auch größer sein können. Hätte gepasst. Das Sackjahn an der Bockwurstkette hängend. Sarude. Schon 14.000 Sarude Bonbons. Auch an der Brust. Sneebos. Auf dem Kopf musste man ja auch als Buddy nehmen. Und ansonsten warnt das alle Best Buddies. Also alle Level 5er mit Schleife. Und wo die auch immer tragen. Und ja. Ich muss irgendwann immer noch das Video machen mit. Diese Shinies fehlen mir. Aber das wird ein Krampf. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Kumpel 5 Pokémon habt ihr? Und. Was ist die lustigste Stelle. Die ihr bis jetzt gesehen habt. Wo eins seine Schleife trägt. Was muss man unbedingt mal als Buddy machen. Auf Stufe 5. Weil die Schleife so toll aussieht. Ich finde immer noch das Icognito. Als I. Sehr bemerkenswert. Weil das dann einfach neben den Pokémon in der Luft klebt. Habt ihr noch andere coole Best Buddies? Dann schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses.